Hallo, ich bin Anna Schumpf und ich bin heute hier in der Markthalle in Berlin und treffe gleich Christiane Paul, um mit ihr über ihren neuen Film zu reden. In ihrem neuen Zweiteiler, der heißt die Himmelsleiter, was hat sie gereizt, diese Rolle anzunehmen? Spannend natürlich war, es ist ein historischer Stoff, es spielt in Köln in der Nachkriegszeit 1947 bis 1948. Ich spiele eine Frau, die sehr couragiert versucht, ihre Familie irgendwie in dieser Zeit durchzubringen, die musisch sehr begabt ist, die auch Klavier spielen kann. Ich habe also dafür drei Monate Klavier trainiert. Konnten Sie vorher gar nichts? Ich konnte gar nichts, damit ich überhaupt sozusagen zwei, drei Stücke spielen kann. Wow. Aber das war eine ziemliche Tortur, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben Sie irgendwas zum Runterkommen, einen Tipp, den Sie geben können, so wie man sich selbst eine Pause gönnt? Ich fahre wahnsinnig gerne Zug. Das war eine Zeit lang, wenn ich sehr viel Berlin-Hamburg gefahren habe, habe ich immer gedacht, das ist meine persönliche Wellnessstrecke Hamburg-Berlin. Das ist genau anderthalb bis zwei Stunden. Ich packe die Zeitung kurz aus und bin schon da. Gute Zeit. Gute Zeit und die Strecke ist vor allen Dingen extrem schön. Und gerade im Winter, manchmal sieht man so Füchse, manchmal ist es verschneit. Und manchmal gucke ich einfach auch nur raus. Ja. Und habe so Zeit für mich. Und das ist tatsächlich was, was ich total gern mag. Kommen Sie sich für Ihre Rollen verkleidet vor? Also ist das ein ähnliches Gefühl, wie das vielleicht der Normalbürger beim Fasching kennt? Oder ist das was anderes, weil man sich mehr identifiziert mit seiner Rolle? Ich glaube, es ist schon was anderes, weil man sich auf eine Art identifiziert. Also man nimmt das an als Rolle. Ich meine, selbst bei einem Fotoshootings können ja manchmal sehr viel extremer zum Beispiel sein. Und selbst dann muss ich aber im Endeffekt eher einen Bezug zu dieser Art Kostüm finden, weil du ja damit wieder was transportieren willst. Und ich denke, das macht der Normalbürger auch. Puck, ja, aus dem Sommernachtstraum. Da haben wir jetzt mal so ein Theaterstück, was wir gemacht haben in der Schule. Da war ich, glaube ich, vierte Klasse und habe gespielt tatsächlich in so einem eigentlich kleinen Muck-Kostüm. Und habe den Puck aus dem Sommernachtstraum gespielt. Das sind so meine Verkleidungserinnerungen, die dann aber auch eben toll waren. Weil das natürlich irre hilft, wenn du ein gutes Kostüm hast, bist du natürlich auch viel näher an den Figuren dran schon. Das glaube ich sofort. Also das ist ganz wichtig. Mehr über den Film und natürlich über Christiane Paul gibt es ab sofort im neuen DB Mobil Magazin. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020